Willkommen meine Rotten-Mushroom-Freunde zu einer neuen UNO-Folge hier mit mir, Ulti, mit Hockey und mit Eurekju. Und mit KI-Hawking. Gindobre. Kannst nochmal, Bro. Egal. Oha. Oh, lass H.I. Hawking töten. Ich lege mal. Ich lege genau die selbe Hockey. Ich will es ganz kurz erwähnen, weil vorhin hatte ich so zwei schwarze plus vier Karten. Oha. Nein. Voll der Dreck, Alter. Voll der Dreck. Ach man, du V, Mann. Also nicht wundert, ich bin Brutzler, Hockey. Ich lege genau die selbe Hockey. Ich bin Brutzler, by the way. Also, ich bin Brutzler. Und er sieht aus wie Nico von den Gaming Club. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ja, kann gut sein, Mann. Ich glaube echt. Und Hockey hat ein Profil drin von 1985. Das ist so ein altes Hockey-Profil im Hitz und was. Ich lege genau die selbe Hockey. Aus welchem Jahr ist das? 2017? Boah, ich weiß nicht. Ja, könnte echt so hoch die Zeit sein. Ja, ja. 2017 irgendwie sowas. Uralt. Aber ich heiße auch magischer Hockey jetzt. Es ist ganz wild hier. Oh, du V. Ja, natürlich. Das Zwiebel, das Zwiebel. Nachher kann ich mich mal legen, stell dir vor. V, Mann. Ja, klar. V. Yeah, alles kommt im Leben zurück. Nein. Karma, alles kommt im Leben zurück. Hey, jetzt snitch mich nicht. Okay, geil. Nee, nee. Wir beide sind ein Team, oder Brutzi? Wollen wir gegen Jan spielen? Hä? Hä? Was soll denn das jetzt? Wollen wir gegen Jan spielen? Was für Team-Building? Fickt euch. Nein. Ich kann dir doch eh nichts anhaben. Ich bin so weit weg von dir. Ich kann sonst nichts außer das, sorry. Oh, okay. V, V, G, V. Okay, alles klar. Ah. Brutzi von dir hätte ich echt mehr erwartet. Wir sind Hawking und Brutzi einfach ein Team. Ach komm schon, Bro. Ja, okay. Ich bin mit Hawking im Team. Nein, mach's nicht. Schauen, schauen. Äh, Augen zwinkern. Was für eins? Ich hab viele Gelb auf meiner Hand. Also, wenn du Gelb delivern kannst, dann deliver. Kannst du? Hm. Ja, mach grün. Ich hab leider echt kein Gelb. Grün? Ja, ich hab grün. Ja, mach grün, mach grün. Ist okay. Ich mach nicht diesen. Ich mach nicht diesen. Ja, dann mach ich diesen aber. Oh mein Gott, er macht diesen. Ah, fick dich. Ja, Mann, Alter. Ich sag dir, Jan und Hawking, wir sind ein Team. Ja, ja, ich will schon. Lass mal Gelb machen. Der KI, will der mit der KI im Team sein. Ist ja super awake. Guck mal, wie cool der aussieht. Er sieht echt cool aus. Ja, keine Ahnung. Ist okay. Okay. Mann, scheiße, Bro. Nein. Geld ist meine Frage. Nein. 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 Okay. Okay. Ja. Cool. Ich hab noch zwei Karten, Bro. Ist eigentlich egal, was ich leg. Irgendwas Gutes. Oh shit, sorry. Ähm. Ja. Ja. I guess. Deine Farbe, Sean. Deine Farbe. Ist wirklich meine Farbe. Ey, mach doch keinen Schabernack hier. Na doch. Ah, ich versuch's vom Uno, Alter. Ich versuch's vom Uno. Ja, Bruder, ich hab noch zwei Karten. Oh mein Gott. Yeah. Nein. Okay. Nein. Okay. Oh. Nein. Okay. Okay, find ich den irgendwie. Ich hoff, mir wird mit der Farbe nicht enttäuscht, ne? Was hast du für eine Farbe? Ja, ne gute. Ja, ne gute. Hast du Gelb? Äh, ne. Ah shit. Okay, ich hab drauf geschrien, dass er nicht Gelb hat. Er hat ja übel reingeschossen. Ah shit. Richtig stark. Ja, schnelle Runde von uns an. Aber nur auch durch Hilfen mit Kaiju Hawking, muss man sagen. Easy. Ja, natürlich. Wir waren ja auch ein Team. Lass Zeck noch eine machen, Jungs. Ich zieh. Ja, safe, safe, safe. Lass diese 5 Minuten Runde hochladen. Okay. Schnell, die Gelb wird auf jeden Fall. Oh, ich sag wie's ist. Starke Hand. Starke Hand. Starke Hand. Also ich hab nichts gegen meine, ne? Ich schwöre, ich schwöre. Ja, aber Jan, ich glaub, wenn du meine Hand ziehen könntest. Oh! Oh! Oh shit. Gar nicht so stark. Ich seh die Team. Gar nicht so stark. Ich seh die Team. Ich seh die Team. Ja, immer. Sind wir Team schon? Ja. Das find ich... Ja, okay, ihr dürft nochmal, schau mal. Ich bin gütig. Ah, Ehrenmann, Ehrenmann. Das ist echt Ehrenmann. Okay, ich verzeih. Okay, stark, stark schon. Schau mal. Team, Teamwork, Teamwork. Yeah. Sag Farbe, sag Farbe. Äh, grün. Okay. Ehrenmann, yeah. Kann man eigentlich stacken? Also auf plus 4, plus 4? Ich glaube ja. Oder? Doch. Ich glaub, es geht nur nicht plus 2 auf plus 4. Aber ich glaub, plus 4, plus 4 geht. Was by the way Bullshit ist. Jeder spielt irgendwie Uno anders. Ich würd das so spielen, tatsächlich. Wir spielen immer ein plus 2 auf plus 4. Ja, safe. Oder? Wo gehört sich das? Achso, ich dachte andersrum als Bullshit. Ich dachte, du meinst das so. Ach, rot doch nicht. Ja doch. Ruht doch nicht, Alter. Ruht doch nicht. Mach gelb jetzt. Gelb? Ja, wer denn gelb? Ach, Hawking. Ja, blau ist auch cool für mich. Ja doch. Ah, scheiße. Hawky, ich hab leider nur eine plus 2. Oh. Kannst du drauflegen? Ja. Ich hatte echt nur die. Oh mein Gott. Ich fühl mich so betrogen gerade. Ja, ich hatte echt. Hawking-Smitch aber auch. Hawking-Smitch. Ja okay, aber weißt du, Sean. Ich kann ja eh nicht. Siehst du, das war echt meine einzige. Okay, okay, okay. Ja, das ist gut, ich glaub. Aber ich glaub Hawking hat. Komm, Sean, mach weiter. Was? Nein! Ich geb sie zurück. Alter, steck, 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 steck. Hier übrigens für dich Hawking. Du bist ne scheiße Null, Junge. Ohohoho. Au, das Zwiebel, das brennt. Ehre, genau. Oha. Oha. Wollen wir mal so'n Rot-Marshum-Uno-Turnier machen? Komm, gönn dir mal. Gönn dir mal. Oh nee, Alter. Ja, das ist natürlich safe. Uncool. Das ist so uncool. Das ist so uncool. Ja, für mich aber auch. Ja. Was für Rot, alter. Keiner will Rot. Kein Mensch. Ey, ich will keinen Arsch will Rot haben. Oh mein Gott. Ich zieh auch einfach so 30 Karten Rot, Junge. Pass auf, wenn du sagst, kein Mensch. Am Ende hat's einfach Hawking, weil er ist einfach ne KI. Hawking ist aber auch ein Wichser, das ist mir egal. Mann, ja okay, butter ich halt rein. Du bist so'n Typ, der wird seine eigene Mutter abschlabbern, Junge. Junge, elf, zwölf. Eh, ist okay. Ja ne, ich kann auch nicht, Mann. Jetzt sind wir wieder am Anfang, so. Ja. Oh, das wird keine einfache Runde, so. Okay. Digga, ihr habt ja alle zwölf, elf, zehn. Ich hab immer mit acht am wenigsten Karten. Was ist los hier? Was ist für ne Runde? Ja, wieso hab ich elf? Ich bin nicht mehr... Gleich lange mal... Oh komm, scheiße. Oh, Ficky. Oh wehe. Oh mein Gott, er fickt Jan, er fickt Jan, er fickt Jan! Oh nein! Oh mein Gott, ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst, dass Jan jetzt dich fickt und du fickst mich. Kannst du Geld, Jan? Ja, ich kann Geld, ich hab ja genug Karten. Er hat 13 Karten, auf einmal so ein Nicht. Nur so... Rot, Blau. Okay. Grün. Oh, er macht Rot. Oh, niemand will Rot, Mann. Rot ist so uncool. Rot ist so uncool. Oh mein Gott, es libs dir gut. Stark, stark, stark. Okay. Ja, ich will grün, ich will grün. Ja, hier, dann darfst du. Oh, Ehre, Mann. Ehre, Mann. Kannst du zurück machen? Ne, leider nicht. Grün, grün gefällt mir sehr, wenn ich ehrlich. Ja, wir können aber langsam wechseln, ich hab den Grün. Schauen, was für zwei Karten, was wüsst du eigentlich? Mann, aber was denn für Rot? Ich sag, wie es so ist, ich hab gehofft, dass er wechselt, aber Rot doch nicht. Alle, jede Farbe, aber doch nicht Rot. Ja, ja. Im Ernst, so, was wüsst du's? Ach, scheiße, Mann. Schauen, kannst du die Richtung wechseln? Ne, ich hab grad gar keine Karten. Ah, okay. Oh, da hat er eine. Na gut. Hör mal auch mit Rot jetzt, Rot ist voll der Schein. Ja, Rot ist alles. Ja, ist mit Gelb. Ach, Hawking. Ja, hier kannst ein bisschen chillen. Ach, du bist... Ja, ich schaukel ein bisschen Eier, ist okay. Oh, ey, ey, Hawking! Ja, okay, ey, Jan, kannst ein bisschen chillen, so. Boah, fick dich! Jetzt macht Hawking auch wieder. Ne, okay. Hä? Jetzt chillst du aber mal ne Runde schon. Jetzt machst du mir langsam auch Angst. Was will ich mit Blau, Alter? Willst du ein bisschen Pause machen, ein bisschen Eier chillen. Oh, okay. Will ich spielen? Will ich spielen? Ja doch, ich will spielen, komm schon. Er spielt... Hawking, dahinter geht ihn! Oh, was denn für Rot? Ey, dahinter geht Hawking echt wohl. Warum hintergehst du Hawking so, Jan? Ja, keine Ahnung, er hat mich auch schon betrogen. Alter, wirklich, Jan, ich mein zum Eier, ganz ehrlich. Niemand will Rot. Ja, ich hab keine Arsch für Rot. Nicht mal Hawking. Bin ich niemand, oder was? Nein, ich will Hawking. Ja, du. Ja, du. Aber denk doch mal an die Gruppe, Alter. Ja, scheiß auf Rot. Was ist Gruppe? Wir sind Erzfeinde, fick dich. Wir müssen echt die Richtung wechseln schon. Soll ich, soll ich? Mach echt. Okay. Danke. Weil da kann ich Ding machen. Yeah. Kann er? Jetzt hat er bloß bei... Ah, schade. Ah, jetzt hat er keine. Komm schon. Aber Sean, komm. Ah, du Fauch. Ah, nicht, aber nicht grün. Ah. Zieh ich eine Rote, Alter. Was ist das? Dass ich noch irgendwann eine Roboter ziehe, hätte ich nicht gedacht. Ah, unangenehm. Oh, unangenehm. Unangenehm. Das wird noch auf 13, 13, 13. Ich sag 13, 13. Ich sag 13, 13. Ich sag 10. Was? Oh mein Gott. Mach der Rot, oder? Rot. Wie kann man so ein Ehrenloser sein? Das ist die einzige Rote, die ich hatte. Wechselfarbe. Oh mein Gott. Alter, ich hab nur dieselbe Zahl. Okay. Ich hoffe, das geht auf dich, Jan. Boah. Äh, ich mach blau. Yeah. Blau ist ne nice Farbe. Ja, ich hoff's. Ich hoff's. Nee, aber blau ist nicht. Ich hab nicht so viele Farben in petto, aber Rot ist halt auf jeden Fall Absturz, ne? Ja, Rot ist richtig Absturz, oder? Ernsthaft? Wirklich? Äh, ich hab das Gefühl, Jan hat nur Rot im Balkan. Nee, nee. Alles gut. Ich hab auch noch Rot, also. Oh shit. Ich mach das Ding. Ohhhh. Was sehen wir jetzt gleich? Nein, oh Jan. Sag die Gefahr. Sag die Gefahr. Sag die Gefahr. Nein. Jan, du bist so ein Pisser. Ich hätt Farbe wechseln können. Was? Nein. Ich hätt nur Blau und Gelb. Ich hätt Rot gemacht. Ach man. Shit. Ich war so fröhlich, als Hawking die Farbe auf Gelb gewechselt hat. Ach so. Unangenehm. Und dann zieht Jan die Umdrehung. Scheiße. Unangenehm. Ich dachte schon am Kopf so, ah okay, ich hab das. Und dann so. Ja schon, jetzt musst du mich mal gewinnen, ne? Ja, okay, nimm die zwei. Lass nicht Hawking gewinnen. Ach schade. Ich dachte du musst jetzt nehmen. Ich dachte auch. Achso. Oh, oh. Oh, aber plus vier draus. Oha, oha. Oha, oha. Oha, oha. Äh, okay. Ich hab nur eine rote. Also, können wir die Farbe gerne wechseln? Nö. Achso, Rot ist stark. Rot ist stark. Rot ist stark. Oh, schon. Schon. Ja schon. Ähm. Dann wechsel doch. Dann wechsel ich jetzt zum Rot. Oh mein Gott. Was bist du für ein niederlicher Mensch. Er gönnt einfach. Er gönnt. Ich hatte nichts anderes. Ich konnte nur das legen. Also, was soll ich machen? Gelb war der auch nicht. Er hat keine rote und keine gelb, okay. Hä? Aber weißt du, Hockeys sind jetzt Team. Ja schon. Ach, ihr seid beide ein Team. Hast du Arsenal plus zwei schon? Nein. Er hat den Linken und hat sich getan. Das sag ich nicht. Du, du kleiner Hund, Alter. Du wolltest nicht das Trick. Ja, okay. Wir wissen es alle. Ich bin ja an sich auf der Seite, wenn du sagst, lass Team machen. So bin ich cool mit Jan. Hä? Du hast doch dasselbe zu Sean gesagt. Was willst du denn eigentlich? Ich würde ja Team mit dir machen, aber als du es mir vorgeschlagen hast, hast du noch drei Karten und das ist mir schon gefährlich. Also Team gerne, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann hört doch auf. Jetzt habe ich ja wieder genug Karten, oder? Du hast nur vier, ich meine. Ja, aber schau mal. Jetzt habe ich gleich mehr. Ja, ist okay. Jetzt können wir Team machen. Ja, okay. Schau mal. Jetzt darfst du wieder, weil wir sind ja ein Team. Seid ihr dumm. Hast du plus zwei, Jan? Ne, habe ich nicht. Warte, das hätten wir stacken können vielleicht. Bis zu Sean. Hey, okay. Du bist so ein V-Mann, Alter. Okay, ich werde dich diese Runde zerstören. Ich werde dich diese Runde zum Pfeil bringen. Wir kommen noch an den Punkt. Keine Sorge. Irgendwann. Würde Jan mir nicht den Strich durch die Rechnung machen. Okay, warte, aber du kannst vielleicht schon eine abgeben. Das ist kein Thema. Oh Gott, ich habe es auch gesagt. Jetzt war es nicht gesagt, Alter. Das war echt close, Mann. Das war mega close. Ja, Farbe können wir schon wechseln. Oh yeah! Rastige Farbe, aber falsche Karte. Ich sage es jetzt. Oh yeah, alles kommt im Leben zurück, Hockey. Okay. Oh, okay. Red doch nicht, Sean. Red doch nicht. Ey, was zieht ihr jetzt alle? Was für ein Boot? Ja, ich dachte, wir wären ein Team. Ich dachte, du hättest jetzt eine oder hast du dafür gezogen. Nein! Du hättest mich doch wenigstens fragen können. Ja. Du hättest mich doch wenigstens fragen können. Du hättest mich doch wenigstens fragen können. Du hättest recht fürs nächste Mal, sorry. Guck mal, er spuckt auf dich, Hockeymann. Nein, würde ich nie tun. Ich habe einfach nicht druckt auf dich. Ich bin Mensch, okay? Ich bin Mensch. Ich bin eigentlich der Ansicht, dass ich Jan eigentlich vertrauen kann. Du kannst mir vertrauen. Wirklich. Ich habe Hawking Hockey gemacht. Okay. Ja, mal schauen. Ja, finde ich eigentlich nicht so gut, die Zahl. Ach, schön. Bin ich eigentlich nicht so ein großer Freund von. Das bist du für mich, Jan, die Nummer 1. Jo. Ach, er ist so ekelhaft. Jo. Danke, Mann. Du hast so ekelhaft, was? Guck mal, nein! Nimm die! Nein! Was für ein Hater einfach. Nimm die, Hockey, Alter. Oh mein Gott. Du ein Ehrenschlosser. Ja, Hawking und ich sind nämlich jetzt ein Team. Ja, ich merk's, Alter. Jetzt gell ich auch nicht mehr. Oh Mann. Okay. Hawking zieh durch. Shit. Oh, ich hab auch eine 8. Ich sag, wie es ist, Jan. Es läuft gerade echt nicht so gut. Was? Weil der überhaupt die ganze Zeit skippt. Los, Hawking! Los, Hawking! Ah, scheiße! Was für ein Team-Play, Alter. Ich dachte echt, der skippt jetzt nochmal. Fick die Schaute, du kommst nicht nochmal dran. Los, Hawking! Wechsel nochmal! Jo, was? Hawking gewinnt einfach. Okay, scheiße. Eigentlich darf das jetzt nicht passieren, so. Nein, eigentlich musst du ja schon gewinnen, so. Nee, leg doch. Okay. Ach, shit. Jetzt lege ich auf. Ach so. Das ist wild. Ne, gelb. Alter, was für ne Nudel, Junge. Oh, ey. Oh, ey. Ja, genau, ist okay. Ja, Sean, hast du Bock auf Rot, oder? Ach, was denn für Rot. Lass mal, lass mal einfach wieder... Nein! Gelb! Er hat kein Gelb. Hawking hat kein Gelb. Hawking hat kein Gelb. Er 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 hat kein Gelb. Entspann dich. Entspann dich. Aber ich hab auch kein Gelb. Ja, aber er auch nicht. Ja, aber wir wollen, dass er gewinnt. Aber ich will gewinnen. Schau mal, hier. Er darf nochmal, weil Gelb so schlimm ist. Nochmal Gelb. Nochmal Gelb. Oh, wir ziehen die richtig ab. Oh mein Gott, wir ritten. Wie viel Glück hat der Bastard eigentlich? Was denn für Blau? Was denn Blau, Blau? Ich bin Blau gut. Okay, jemand muss Farbe ändern. Auf Gelb oder so. Nein, nein, Blau ist super. Ich hab kein Gelb. Aber er gewinnt sonst. Er gewinnt sonst. Weil bei Gelb wissen wir, er hat das safe. Weil bei Gelb wissen wir, er hat das safe. Was redest du denn? Als ob nur Gelb bei ihm geht. Schau mal, bei Grün ist er auch viel zusammen. Er hat kein Gelb. Okay, wir müssen uns das aufschreiben. Gelb und Grün. Er hat kein Gelb. Hast du Blau schon? Nein. Mach mal so ein Excel-Dokument bitte auf. Ja, ich mach ein Excel-Dokument, was für Karten er alles hat. Ich wollte kurz anmerken schon, ich konnte Grün legen. Das freut mich. Oh. Jo, Hockey, komm, Gön. Jetzt geht's geschmeidig durch. Oh, danke. Komm, ich lass dich gleich nochmal. Ja? Oh. Sehr. Stark. Ich werd unten gehalten. Was hat denn der jetzt eigentlich für Karten, der Hawking? Er hat kein Gelb und kein Grün. Oh, oh. Shit. Aber er hat ein Uno. Ist das jetzt Gelb? Darf nicht. Er hat kein Gelb und kein Grün. Er hat kein Gelb. Ah, scheiße. Aber ich hab auch kein Gelb. Wir können ihn nicht austricksen jetzt. Shit, was hat der auf deiner Hand? Bro. Also. Kein Grün, er hat kein Grün. Let's go. Sicher? Ja. Boah. Okay. 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 Ach, so ein Hund, Alter. Ich hör ihn bellen. Oh Gott. The Hawking is so sehr. Hawking is so ein Hund. Oh, ich wollt grad eine Sechse legen. Ist, ähm. Verdumm. Schlimmer als für Karo, Alter. Ja, hier. Okay. Grün und Gelb ficken wir uns. Was ist denn los mit dem? Hey, ich dachte, er hat kein Gelb. Warum will der Gelb haben? Hä, er ist echt dumm. Der will baiten, ich seh's schon. Oder er hat Gelb bekommen? Hockey ist mit plus 2. Hab keinen, hab ich nicht. Oh, er hat kein Rot, okay. Oh, okay. Okay, kein Problem schon, hä? Okay, Hockey. Nein. Oh, Jan. Jan macht doch nicht. Nein. Jan macht doch nicht. Das wollte ich nicht. Was ist denn das? Jan, hast du noch einen plus 2 oder einen plus 4? Ja, hab ich. Ich hab einen plus 2. Okay. Shit, ich kann ihn nicht legen. Egal, mach ich plus 4. Okay, okay. Äh. Blau, 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 blau. Nein. Ich hab keinen Bock auf Blau. Ja, aber für Sean. Komm schon mal. Hä, warum wollt ihr mich in das Bang? Aber meine plus 2 ist Gelb. Meine plus 2 ist Gelb. Ist ein Papp? Dann kannst du wegsnacken. Sean, ich mach ich plus 2? Mach auch plus 2. Nein, 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 nein. Nein! Ah, shit. Aber? Ja, ja, gönnen wir dir, ist okay. Ein bisschen gönnen darf, man. Alles cool? Ja, doch. Ja? Hä, ich... hä, Sean? Gönnen. Oh mein Gott, du Ehrenmann. Jetzt spielt ihr so ein Team, oder was? Ne, 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 das war jetzt einfach nur... Naja... Ja, man sieht, wer dein Team-Mate ist, Bro. Naja... Ich hab' jetzt grad fünfmal die Farbe gewechselt bei der 3. Ja komm, lass' das machen wir mal. Ja, lass' nochmal. Oh, okay, Hockey, vertrau mir, grün ist gut. Nein! Ich hatte keine grünen. Grün, bitte! Der macht jetzt nicht grün, oh! Was hast du schon? Was hast du? Ey, du musst ja jetzt gelb legen, oder? Du hast ne schwarze. Ah, neiii! Nee, 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 nee! Geht weiter, okay! Jo, okay, okay, okay! Stark, stark, wir sind ein Team. Wir sind ein Team-Hockey! Shit! Näää, ich hab' nää... Nee... Okay, ich hab' drei Rebirth-Karten. Ja, na was soll' ich denn damit, Mann? Was soll ich damit? Oh warte, das? Ihr macht das? Och Digger Das kann ich auch nicht anfangen Wir legen jetzt immer so Auswärtskarten Ja, ich hätt auch gehofft Ok, ok, grün oder rot? Ich weiß nicht was er hat Leg grün, leg grün Ich hab blau, ich hab blau und rot Du konntest davor auch nicht grün legen Kann das sein schon? Ich hab's gar nicht mehr so auf dem Schirm genommen Ich hab nur scheiß Farben Ich hab nur scheiß Farben Aber ich hab nur plus 2, Jan? Hast du nur plus 2? Nee, aber ich hab nur 1 Ja, wirkt mir jetzt ein bisschen gefährlich Oh scheiße, ja ok Oh mein Gott Welche Farben hast du? Jan, welche Farben hast du? Eine Ja Ich hab nur gesagt, wir lösen die Vereinbarung auf Junge Was wird das hier? Mal zumal zu hoch Hallo? Hast du plus 2 schon? Nee Nee Nee, frag nur so Oh, was ist das denn? Ja Junge Junge Was ist denn? Junge Junge Die Fude wird mal schnell gesnitcht, Jan Da musst du leben Ja, das wär schon geil gewesen, ne? Ja, okay, shit, ich kann nix außer weiter Gelb legen. Ja! Er hat kein Gelb, okay. Oh, ja, doch. Oh, shit. Kein Grün. Okay, er hat Grün. Ich bin Grün. Gib mir mal Grün, bitte. Wir müssen irgendwie Gelb legen, Bro. Hast du eine grüne Gelb? Nee. Ich hab gar keine Gelb. Hast du eine blaue Rote? Ist das jetzt Rot? Ist das euer Tod? Ja, es ist wohl GG. Nee, zieh doch, zieh doch, du kannst doch ziehen. Nee, komm. Yes! Och, Gönnung. Ach, schön! Stark! Mega uncool. Ja, mega uncool, wie hier gesnitcht wurde. Kartellbildung, ich seh schon. Komm, letzte Runde Ehrenrunde, komm schon. Okay. Kannst du euch Nein sagen? Ja, nee. Hä, Folge in Überlänge, oder? Überlänge heute, Jungs. Dann darfst du sofort, aber lass noch so eine. Weil der kannst du von der Post gewinnen. Stehst nicht ganz so dumm. Weißt du, Hawking ist so wütend auf mich, und dann pfeffert der mir erstmal so die plus vier rein. Ich schon. Hm? Lass mein Team bilden. Okay, dann bild ich auch. Du bist für mich gestorben. Ich bin ein Einzelkämpfer. Mach schon. Allein gegen alle, Jungs. Oh, einsamer Wolf, oder was? Mhm. Ich verstehe. Ja, bisher läuft es eigentlich ganz flüssig. Du sagst, Hawking einfach nur noch zwei. Hockey auch. Jo, okay. Okay, okay, okay. Du musst ein Bug sein, ich hab eigentlich zehn. Das wird hier gerade eine Speed-Runde. Wahrscheinlich. Mir gefällt das hier gar nicht. Vielleicht doch nicht über Länge. Ja, Hawking, mach doch nicht. Ja? Gute Farbe schon mal, sag ich mal. So, wie es ist. Immer noch gute Farbe, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, er hat kein Grün schon mal. Kein Grün, kein Grün. Ich muss halt eine Karte loswerden. Ich muss halt eine Karte loswerden. Ich muss halt eine Karte loswerden. Ich muss die Karte halt loswerden. Das war voll wasted. Ja, ist in Ordnung. Wir müssen halt Grün beibehalten. Mann! Okay. Er hat auch kein Gelb. Ja, Hatz, lass mal blocken. Oh, nee. Yes! Yes! Ey! Du hast dich UNO gedrückt! Du hast kein UNO gedrückt. Ja, so eine unnötige Regel. So eine unnötige. Wir spielen jetzt nie so. So unnötig, diese Regel. Was? Was für wir spielen? So eine unnötige Regel. Mach mal plus zwei. Mach plus zwei. Ich hab leider keine. Ja. Oh mein Gott. Gut gemacht, ab dem ich ausgespielt. Jetzt hat der Hawking gewonnen. Oh mein Gott, jetzt hat Hawking gewonnen. Ja, war eine letzte Runde. War echt eine geile letzte Runde. Aber Jungs, wenn ihr noch mehr UNO-Runden sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal hier. Es wird mit Sicherheit noch ein bisschen was kommen. Und ja, lass einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.